ja aber rosenquatztarik ist okay ja das stimmt es sieht so scheiße aus aber ehrlich ey der ist so behindert es sieht so kacke aus wie er es aber ehrlich die gegner haben den der ist so hässlich hi team ich frage mich wer kauft sich so ein scheiß skin wie wäre elke er ihr ohr mädchen als so ein sack a noch ein paar jahre die ganze jahre so ich nehme also was aber er hat er gehalten hat er gehalten ist es ist das ist das ist das ist das ist das ist auch noch nicht schicksal vorne die Däden die Kölner die auch ich hab so scheißruhen Arches sogar der zwei Bein heilte es so geil heilig also ich ignoriere jetzt haben aus dem Gegner ziehen ja das ist sauge jetzt auch nicht okay ich glaube jetzt alle okay ein gehen da der sind ins Kindheit echt sauge da ist die Tage geiler das ist sie ist so okay Die Sonnen sind erschienen. Okay. Okay, mach. Machst du so sinnig, das geht so richtig Arschloch leig, ey. Ey, jetzt haben die ja zugenommen. Warum nehmen die immer mein Main? Ich hab so geschrieben, are you gay, ne Tarek? Gay? Ich hab das gefragt. Komm at me, fucking big cockpies. Nein. I love you, Hanna. Du musst den noch schreien, das kommt also richtig geil. Holy moly. Mit nem Stein, gell? So ein Gaylor mit nem Stein. Ja, vor allem so pink. Ah, pinker Stein OP. Geil. Ich kann ihn einfach mal counter den Yasuo, aber ich weiß nicht, ob ich dazu Lust hab. Weiß was, der Counter von Yasuo, ich guck mal nach, Jacks. Noll, Jacks. Counter, der Spiel mit. Jacks. AP, Jacks. Die hat auch schon Jacks mit sich gespielt. Ja, das ist falsch. Nein, der Film hat jetzt so hart in dem Weg gewonnen damit. Und der habe ich noch nicht mal. Ich hab einmal mit AP gespielt, einmal ohne Erklung. Einmal gegen Yasuo, aber nicht. Strong against weak to Kha'zix. Ey, weak to Kha'zix. Ich glaub, ich spiele mal Kha'zix. Nein, Kha'zix kriegt's auch die Fresse. Nein. Steht aber. Ja, wie soll der denn? Ich guck mal. Welcher Anteil, der Counter hat sich denn? Schlimmer den Hard Counter. Der Counter hat mich sterben. Oh, ich nehm Blitzprank. Oh, Blitz, ich nehm. Ey, wen soll ich spielen? Ja, Jacks mit sich einfach aussehen. What the fuck? Naja, ich will ja nicht verlieren, wie der Benny das immer tut. Segen, nämlich mal Aro. Kling ja so. Klappen, ey, wenn unser Setz gegen den Victor verliert, ich sag, ich schlag den raus. So, ich komm gleich wieder. Klappen, ich schlag die Schmerz anziehen, ey. Ich schlag dir meinen Lutsch. Oh, ich schlag die Schmerz anziehen, ey. Ich schlag dir meinen Lutsch. Was ist denn das eigentlich, was dir dein Name fällt? Okay, das geht auch halt noch. Oh, nein. Alter, was ein Arsch. Lord is kass. Ey, ich flechte da über die Wall und der hilft mir, als könnte der Kale. Ich gehe so schnell, ich kann. Oh, schon los. die 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 leute schon fast aufleben es ist nicht ich würde es interessiert mich ja stimmt ich kann nur leider um das selbst kein Bluboff geben ich hätte gerade 1 2 ich hätte gerade 1.2 haben können nebenbei die Kurschein bei Rüstung auch bei Rüstung hat eben Style und ich habe mir so ein Super-Wort gekauft der Chemie auswachsen muss ja man Super-Wort ist halt scheiße weil Super-Wort kann man sehen ja man muss halt so stellen wenn dann keiner reinkommt also die halten dann meistens so 5 Minuten oder also so 15 Minuten oder so weil die Gäber die nicht zerstören Null? What the fuck? Wot the fuck? Blut raus! Jawoll, Fortland 4 GD Verstanden! dann geht es nicht und so ja es ist gut weil wenn du es sind wie es ist schon krass ja vor allem der Doppelauto der ist so bitter nicht mehr normal du 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 ja so fucking stupid es ist es ist es ist es schafft nicht gegen den Weg du bist so ein Lappen T 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 casts T T T Set T T T ich habe ja so voll hier Yu-Gi-Oh! ich hab so sauf wie die Karten das ist einfach mal so ein Kart rumgekommen so, so ein Drachen oder sowas haut saura hin was hat die für einen schnellen PC? der watcht immer noch seit 3 Minuten steht da jetzt ja mach ich auch ich guck euch jetzt hin ah Silber 2 Halt's Maul macht das Spaß nicht wahr? Leute, was? Alter, schaut euch den Skin an von wem? von Tarik der ist so mega schwer nein Alter, okay mein okay, ich hab schon mal mit Ari gewonnen aber trotzdem ich hasse das wie die Pest also ich hab halt am meisten hasse ne also das meiste was ist wenn ich mit den Spielen und mit Miederleer Spiele aber das verrate ich jetzt lieber nicht weil sonst wenn ich dann mal arm spiele mit Miederleer nehmen weil ich die Sonne in your face oh Leute ich will es jetzt wissen was andere jetzt muss ich auch sagen lol die hat grad geghostet was macht der Tarik die ganze Zeit ja also wir fahren hier unten ganz locker schluckig lol der tötet jetzt den Set alter ist halt ein Tarik ist halt ein Tarik ist halt ein Tarik der Set ultet den jetzt eh aber der hat keine Ulti der hat keine Ulti 3 3 4 ich werde die Gegner die Herzschild bekommen während ich die Ulti gemacht habe ja ich bin doch nicht dazu ich hab schon gedacht ich bin Riven mit weil ich hasse das für den Pest getrackt no trick Aha ich liebe es ah ist ne geilste Chap ever du hast mal Jax Level 5 nice komm grad zu uns ja ich weiß nicht was der Jax die ganze Zeit macht der ist sau scheiße ich war einmal bei dem im Jungle und dann hat hatte ich schon vor 3 Minuten Dreadlock gemacht der hatte den noch nicht angefangen es ist ich bin zu das ist einfach so viel CS grad aber ich poke ihn ja so so hart down oder so lol der Jax läuft mit Absicht da rein oder was ich bin so fett Alter das sag's wem sagst du das ja ich hab zwar kein Mana mehr jetzt aber who cares also ich auf jeden Fall nicht nach nach hier hier wartet das ist auch da wollte es wird nicht nicht ich wollte die Gäste ich habe das ist der Tod ruhig doch und die neue die 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 das ist ja die Stürze für das Leben auch können wir sind klar jeder viel weiter weg mein Flächen nein doch jetzt machen können schreibt in die Kommentare hätte ich mal eh machen können 3 Eintracht ist mein Wort und hier habe die Gegner nicht gelegt kann es nicht sein es kommt aber keine Gäden verdammt ja wohl jetzt geliebend ist sie nicht bis zu 3 1 0 auf die Schaden hilft die haben wir haben Kleeblatt das ist grün sie darf auch scheiße er hat das Wort ja hier sollte sich der ja so oder hier der schaden so schlimm was darf ab was macht der etwa die gegnerische Tarek der Kettich immer im Jungle ja genau, hängt ihr die mal ab, wir machen das WTF oh Gott erst mal lebe ich töte, ein bisschen zu schütteln das ist fast ein Deck über die so einfach mal krasses Scheiß ich verliere normalerweise nie meine Lame, wie kann das denn sein ah, jetzt mich auch lebe finden ok, so, nicht so schlimm vor allem, weil er ignite und geflächtert wie, I got this I got this ah, haha ich muss mich nur aufs Essen konzentrieren Theo, wenn du deine Kuh machst, dann mach danach bitte gleich deine E I don't care und was ich möchte, ich hab ja, das darf eigentlich nicht passieren ja, das darf eigentlich nicht passieren Alter, sie verfickt verhindert und ja ja, der ging aber nicht mehr die nicht mehr kommen, darum ja, den Rund ja, den Rund ja, wenn der nicht schle Philipp 6 bildet dann erst bei New Hibitur seit vierzehn Minuten spielen wir Loll das ist auch krass das Game so gg easy weißt du was er stört du musst ihn ablenken ja ja alle fünf von den auf der Bordel sind und wir so hart pushen ich leid Leute Ja, und vor allem, weil wir dann auch noch auf der Botflin gegen alle zu gewinnen. Ja, das ist ja nicht mehr. Das ist ja so. Ja, das ist ja nicht mehr, weil ich kann das nicht mehr so. ich muss es das hier ist er hat es auch wichtig hat das nennt so wenig 6 3 angriffstempo ja ich habe nicht unterschätzt so ein sie gegen 6 durchschnittlich immer noch fünf so ein Buster im Stuttgart die die Gäste Späck nicht weint Ich gehe so schnell wie ich kann Der Gery hat mir so wie die Schaden gemacht Das ist ein Kacken Das ist ein Dich! Das hat der Harte aus Ey! Das habe ich wieder zu mir geholt Ah, ich liebe es, wenn er so hart aus dem Rollkram bekommt Vor allem, weil er mich hart taunt hat Und ihm lustig Alter, das ist zu hart geworden, das Wrenkel Jetzt pass mal auf, jetzt will ich mal Ich versuch's jetzt einfach Ey, Benni! Hä? Träumer Wie einfach gehst du? Das ist so ein Scheiß Er ist fast... Okay Er ist fast so scheiße wie der Tarskin, aber fast so scheiße Okay, der ist ungefähr so scheiße wie der Klee... Wie der Kleeblatt... Wie der Kleeblatt, ähm... Mollfall Ja... Gut Krass Ich muss einen Dornern-Panzer Verstanden LOL, Jigs ist Level 3 Ha! WTF WTF Can you finish, Baby? I don't farm all the time So fucking annoying Du hast mehr kills als dich? Was soll das? Was soll das? Woll ich das wissen? Alter, ich bin so ein geiler Hecht Woher soll ich das wissen? Du nimmst doch die Klee Nein! Nein! Ich biete den Yasuo, das ist alles Und wenn der sie nicht mehr bekommt, dann nehm ich sie... Den Loose hat meinst du? Ja meinst du? Ja meinst du? Ich bin so ein Loch Ich kann nicht jankern Ich kann nicht jankern Aber der wird zieht ihn so hart ab Ich kann nicht jankern Ich kann nicht jankern Ich kann nicht jankern Ich tank hier alles Oh mein Gott Oh mein Gott 20 Minuten, wir haben gewonnen Ja, könnt ihr warten Wie Gott ein 8-2-2-2-1-2 Gewonnen 20 Minuten und 10 Sekunden Krass Ah!